Hallo und willkommen zum Funke Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Willkommen zur Podcast-Folge Februar 34, warum der Faschismus siegen konnte. Die Februarkämpfe 1934 stellten international den ersten bewaffneten Widerstand der Arbeiterklasse gegen den Faschismus dar. Als Kommunisten müssen wir die Geschichte der Arbeiterbewegung studieren und die Lehren daraus ziehen. Nichts schlägt am Meer ins Auge wie die Niederlage gegen den Faschismus in den 30ern. Das Studium der Geschichte ist für uns aber keine akademische oder rein historische Frage. Auch für uns heute stellt sich die Frage, wie wir gegen die spalterische Politik der Rechten und gegen den Kapitalismus, der diese hervorbringt, kämpfen können. Damals, im Februar 34, hat die defensive Politik der Sozialdemokratie die Arbeiterklasse komplett entwaffnet angesichts der Reaktion und die Niederlage vorbereitet. Wir werden das nicht nochmal zulassen und haben vor, den Kapitalismus und alle Übel, die er hervorbringt, zu unseren Lebzeiten zu überwinden. Und dafür gilt es, uns die Erfahrungen der Geschichte anzueignen. Der heutige Gast beim Funke-Podcast ist Gernot, revolutionärer Kommunist und Kenner der Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung. Hallo Gernot. Hallo. Schön, dass du hier bist. Beginnen wir gleich in Medias Res. Was müssen wir über die österreichische Gesellschaft 1934 wissen, um die Ereignisse vom Februar 1934 verstehen zu können? Ich glaube, wir müssen uns mal die Frage stellen, welche Kräfte wollten aus welchen Gründen diese Demokratie beseitigen, uns die organisierte Arbeiterbewegung zerschlagen. Und umgekehrt, was hat tausende Arbeiter und Arbeiterinnen dazu bewogen, im Februar 1934 Widerstand gegen den Faschismus zu leisten, auch mit der Waffe in der Hand und damit irgendwie auch das eigene Leben irgendwie auf das Spiel zu setzen. Diese Februarkämpfe im Jahr 1934 muss man sehen als letzten Akt aus meiner Sicht einer extremen Polarisierung zwischen Arbeiterklasse und Bürgertum, die sie über Jahre hingezogen hat. Und dieser ganze Prozess lässt sich in Wirklichkeit nur damit erklären, dass wir in Österreich am Ende des Ersten Weltkriegs in den Jahren 1918-19 eine Revolution hatten. Die Arbeiterschaft war damals nicht mehr bereit, für den Kaiser zu hungern, an der Front zu sterben. Und das Beispiel der russischen Revolution von 1917, das hat gezeigt, dass Frieden prinzipiell möglich ist, wenn die Arbeiterklasse die Macht im Staat übernimmt. Und unter dem Eindruck dieser Revolution war das Bürgertum in Österreich gelähmt und musste einfach weitgehende Zugeständnisse machen, demokratische Reformen, soziale Reformen wie die Einführung des Acht-Stunden-Tags, erstmals bezahlter Urlaub, Ausweitung der Krankenversicherung und so. Und man hat diese Zugeständnisse gemacht in erster Linie, um das gesamte System zu retten. Aber ohne Revolution hätte es in Österreich damals weder Republik noch demokratische Verhältnisse gegeben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für das Verständnis, dass die Arbeiterschaft die Demokratie gleichgesetzt hat mit diesen ganzen sozialen Errungenschaften, die sie in der Revolution von 1918-1919 erkämpft hat. Und das ist auch der Grund, der Wesentliche, warum das Bürgertum die Demokratie gehasst hat und noch mehr die Arbeiterbewegung gehasst hat, die ihnen diese sozialen Reformen aufgezwungen hat. Du beschreibst, die Bürgerlichen waren zu Beginn gelähmt, aber wie hat sich das verändert? Welche Politik wurde im bürgerlichen Lager in dieser Situation verfolgt? Es war so, dass die Sozialdemokratie im Wesentlichen den bürgerlichen ihr System gerettet hat, indem sie irgendwie verhindert hat, dass diese Revolution einen Schritt weiter geht und dass die soziale Revolution vollendet wird. Das hat irgendwie den bürgerlichen die Möglichkeit gegeben, die Kräfte neu zu formieren und sie von diesem ersten Schock der Revolution zu erholen. Und unmittelbar darauf geht das Bürgertum in die politische Gegenoffensive. Es ist, glaube ich, interessant, dass der erste politische Akt, den dieses Bürgertum in Österreich setzt, antisemitische Hetzpropaganda mit großen antisemitischen Demonstrationen in Wien war. Aber das deklarierte Ziel der bürgerlichen oder dieser bürgerlichen Gegenoffensive war, wir wollen den revolutionären Schutz wegräumen, wie das der Kanzler Ignaz Seipel formuliert hat, sprich, all die sozialen und demokratischen Errungenschaften der Arbeiterbewegung aus der Revolution beseitigen. Das war natürlich nicht so einfach, weil die Arbeiterklasse extrem gut organisiert war damals und durch diesen revolutionären Umsturz ein sehr hohes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt hat. Das heißt, die Aufgabe der Bürgerlichen war, diese Bewegung einmal zu brechen. Und das war auch der wesentliche Grund, warum die Regierung gemeinsam mit der Industriellenvereinigung, man kann sagen, spätestens ab 1923 beginnt, faschistische, paramilitärische Gruppen zu finanzieren und gegen die Arbeiterbewegung gezielt einzusetzen. Und wie hat die Arbeiterbewegung auf diese Gegenoffensive der Rechten reagiert? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, welches Verhältnis zwischen dieser sozialdemokratischen Parteiführung und den Massen bestanden hat. Und dieses Verhältnis war irgendwie in der Ersten Republik ein sehr widersprüchliches. Der Otto Bauer, also der theoretische Kopf des Austermarxismus und Parteiführer der österreichischen Sozialdemokratie, schreibt in seinem Buch über die österreichische Revolution, dass Demokratie immer das Regieren im Einvernehmen der Regierten ist und dass das unter gewöhnlichen Bedingungen in der bürgerlichen Demokratie so erfolgt, dass alle vier oder fünf Jahre Parlamentswahlen stattfinden und dadurch irgendwie die Herrschenden sich dieses Einvernehmen der Regierten einholen. Aber in dieser revolutionären Phase nach dem Ersten Weltkrieg, das war irgendwie eine Ausnahmesituation, wo dieses Einvernehmen der Regierten de facto tagtäglich irgendwie hergestellt werden musste. Sprich, die Regierung hat nur sie an der Macht halten können, indem sie das umgesetzt hat, was die Arbeiterschaft in Massenversammlungen, in den Betrieben, in den Kasernen, in den Arbeitern, Soldatenräten an Forderungen erhoben hat. Und umgekehrt hat das den Effekt gehabt, dass in der Arbeiterschaft die Illusion entstanden ist, dass sie über ihre Vertrauensmänner, über die Gewerkschaften, über die Sozialdemokratie die Politik der Regierung mitbestimmen können. Und das hat es der Sozialdemokratie im Endeffekt ermöglicht, diese ganze revolutionäre Energie in geordnete demokratische Bahnen zu lenken. Also der Otto Bauer selber schreibt, nur Sozialdemokraten konnten wilderregte Demonstrationen durch Verhandlungen und Ansprachen friedlich beenden, nur Sozialdemokraten konnten die Arbeitermassen von der Versuchung zu revolutionären Abenteuern abhalten. Und dieses Verhältnis zwischen Parteiführung und Massen, das zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch die gesamte Geschichte der Ersten Republik. Die Dynamik war mehr oder weniger immer dieselbe. Die Regierung lanciert einen Angriff auf demokratische, politische, soziale Errungenschaften der Arbeiterbewegung. Immer wieder werden Rechte paramilitärs eingesetzt, die Arbeiterversammlungen bis hin zu Festen von Arbeiterorganisationen attackieren. Dabei gibt es eine Reihe von politischen Morden außerdem. Und immer reagiert die Arbeiterschaft mit spontanen Massenprotesten gegen diese rechten Provokationen. Und was für besondere Empörung sorgt, ist, dass die Justiz oder dass die Polizei sie immer auf die Seite der Rechten stellt. Und wenn es zu Gerichtsverhandlungen kommt, die Justiz die rechten Gewalttäter trotz offensichtlicher Beweislast freispricht. Also ganz eindeutiges Beispiel für Klassenjustiz und für die aktuelle Debatte. Ich glaube sehr wichtig zum Verstehen, dass der bürgerliche Staat oder die Justiz einfach kein Instrument sein kann im Kampf gegen die Rechten, dass man das auf keinen Fall verlassen kann. Weil ja dieser Polizei- und Justizapparat natürlich irgendwie ein Teil der herrschenden Klasse ist. Das bekannteste historische Beispiel in Österreich war der Freispruch der Mörder von Schattendorf im Jahr 1927, der zu spontanen Generalstreik und Massendemonstrationen führt zur Stürmung des Justizpalast, der in Brand gesetzt wird. Und was macht die Parteiführung in dieser Situation, wo 100.000 auf der Straße sind und nach Waffen rufen, um sie gegen Polizeigewalt verteidigen zu können? Es ist, dass der Schutzbund, sprich der bewaffnete Arm der Arbeiterbewegung, nicht bewaffnet wird und gegen den Staatsapparat eingesetzt wird, sondern irgendwie zur Beruhigung der empörten Arbeiterschaft. Und es ging darum, einfach jede spontane soziale Explosion so unter Kontrolle zu bekommen. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, die Arbeiterbewegung verfügt damals über diesen Republikanischen Schutzbund, eine bewaffnete Einheit mit ungefähr 70.000 Mitgliedern und ausreichend Waffen, um den Faschismus im Keim zu ersticken. Aber dieser Schutzbund und die radikalsten Teile der Arbeiterschaft werden von der Parteiführung stets zur Disziplin, zur Besonnenheit aufgerufen und so irgendwie zurückgehalten. Diese Politik der Defensive ist von der österreichischen Sozialdemokratie auch theoretisch begründet worden unter dem Namen Austromarxismus. Und in dieser Zeit ist auch das Linzer Programm verabschiedet worden. Kannst du uns mehr über den Austromarxismus und das Linzer Programm erzählen? Ja, Austromarxismus heftet sich auf die Fahnen, dass er einen demokratischen Weg zum Sozialismus aufzeigt. Das Konzept der Austromarxisten war im Wesentlichen, dass man vor allem ausgehend von dieser Machtposition in Wien, die man innegehabt hat mit dem roten Wien, dass man da vorzeigt, wie Sozialismus das Leben der Menschen verbessern könnte. Sprich, diese ganzen Gemeindebauten, soziale Versorgeprogramme zur Verbesserung der sozialen Lage von Kindern. Aber das sollte irgendwie der Arbeiterklasse zeigen, wie irgendwie eine bessere Zukunft ausschauen könnte. Dazu verfügt die Sozialdemokratie über eine Vielzahl von Massenorganisationen, Kulturorganisationen, Sportorganisationen, die in Wirklichkeit so etwas wie eine eigene Welt darstellen, wo hunderttausende Arbeiterinnen und Arbeiter gebildet werden, Bildung erfahren und irgendwie so einen Sinn im Leben finden konnten. Und in diesen Organisationen soll so der neue Mensch entstehen, der dann irgendwann die sozialistische Gesellschaft aufbauen kann. Und was ganz wichtig ist im Konzept des Austro-Marxismus ist, dass man versucht, über den Weg von demokratischen parlamentarischen Wahlen die Macht zu erobern. Und in der Tat war es so, dass die Sozialdemokratie von Wahl zu Wahl auch stärker geworden ist. Also diese ganze Perspektive, dass man früher oder später über eine absolute Mehrheit verfügen kann und dann irgendwie beginnt, den Sozialismus einzufügen, das war für die Masse der Arbeiterschaft eine realistische Perspektive. Und das hat auch dazu geführt, dass trotz dieser ganzen defensiven Strategie, die wir vorher erklärt haben, der Austro-Marxismus in der Arbeiterschaft eine enorme Autorität genossen hat lange Zeit. Natürlich war man sich bewusst, dass die Bürgerlichen bei der erstbesten Gelegenheit die Demokratie beseitigen wollen. Spätestens wenn die Sozialdemokratie wirklich die Regierung stellen würde. Aber die Antwort, die die Austro-Marxisten, dezidiert auch in diesem Linzer Programm aus dem Jahr 1926, geben ist, wenn die Bürgerlichen zur Gewalt greifen, dann werden wir uns verteidigen. Das heißt, Gewalt ist immer als legitimes Mittel dargestellt worden, um auf einen vollzogenen Staatsstreich zu antworten. Nicht aber 24 Stunden vorher, um diesen Staatsstreich irgendwie zu verhindern. Aber in der konkreten Situation in der Praxis hat es dann immer so ausgesehen, dass man immer Ausreden gefunden hat, um selbst in dieser Situation, wo Notwehr eigentlich legitim und notwendig gewesen wäre, dass man selbst da irgendwie von den Mitteln der Gewalt als Verteidigungsmittel zurückgeschreckt hat. Also in Wirklichkeit haben die Austro-Marxisten geglaubt, dass man einen Kompromiss mit dem Bürgerlichen finden kann. Man hat zwar am 1. Mai groß vor Sozialismus geredet, aber in der Praxis hat man kein sozialistisches Programm zur Lösung der Krise des Kapitalismus vorgebracht, sondern hat immer geschaut, dass man diese Krise irgendwie in der einen oder anderen Form mitverwaltet. Und so dem Bürgerlichen zeigt es, dass die Demokratie eh funktioniert. Dass man auch im Rahmen der Demokratie geordnete Verhältnisse aufrechterhalten kann. Die rechten Teile der Ost-Marxisten der Sozialdemokratie, also die, die nach dem Zweiten Weltkrieg und in Wirklichkeit bis heute die Politik der Sozialdemokratie bestimmen, setzen sogar ganz offen auf die Idee, dass man eine Koalitionsregierung mit den bürgerlichen, mit den vernünftigen Kräften im Bürgertum schließen könnte. Das war aber eine absolute Illusion, weil die Kräfte in der ersten Republik, die für einen Klassenkompromiss zu haben gewesen wären, de facto nicht mehr existierten. Und dieses Widersprüchliche in der Politik der Sozialdemokratie, das hat ständig irgendwie das Kleinbürgertum, das Bürgertum in Angst versetzt, nervös gemacht und die erst recht irgendwie in die Hände des Faschismus getrieben. Ja, und spätestens unter dem Eindruck der großen Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre und dem starken Nationalsozialisten in Deutschland, aber auch in Österreich, wo es ebenfalls eine Massenbewegung mittlerweile waren, setzen die bürgerlichen, übrigens einschließlich der ganzen liberalen Intellektuellen, ohne Einschränkung auf die Mittel der Diktatur, um eben diesen revolutionären Schutz endgültig zu beseitigen, um die organisierte Arbeiterbewegung zu zerschlagen. Schwäche lädt zu Aggression ein. Wozu hat diese Politik geführt? Und wie hätte eine revolutionär-kommunistische Position ausgesehen? Gab es dafür Ansätze in der österreichischen Arbeiterbewegung? Ja, das Problem war sicher, dass die Arbeiterbewegung durch die Politik des Austromarxismus ideologisch entwaffnet worden ist, demoralisiert worden ist und in letzter Instanz regelrecht narkotisiert worden ist. Die Arbeiterbewegung, obwohl sie so stark war, obwohl sie Hunderttausende in ihren Reihen organisiert hat, war irgendwie spätestens ab 1933 nicht mehr wirklich handlungsfähig. Und im Gegenzug hat es natürlich die Bürgerlichen extrem ermutigt, immer mehr in die Offensive zu gehen. Diese ganze Salami-Taktik, die man über Jahre gefahren hat, die war erfolgreich und hat natürlich immer mehr irgendwie die Bürgerlichen ermutigt, zum endgültigen Schlag gegen die Arbeiterbewegung anzusetzen. Gab es Alternativen zum Austromarxismus? Ich würde sagen schon. Man darf nicht vergessen, das war eine ganze Generation damals, die von der russischen Revolution geprägt war. Eine Revolution, die auch in Österreich eine Welle von Begeisterung ausgelöst hat, wo große Teile der österreichischen Arbeiterschaft die Entwicklung in der Sowjetunion als beispielgebend angesehen hat. Und das hat ganz einfach dazu geführt, dass ein signifikanter Teil der österreichischen Arbeiterklasse auf jeden Fall revolutionär gesinnt war. Das Problem war, dass die Kommunistische Partei in den 20er Jahren eine extrem sektiererische Politik verfolgt hat, wo es nicht einmal mit der Autorität der Sowjetunion gelungen ist, wirklich zu punkten und diese revolutionären Teile der Arbeiterschaft, die in der Sozialdemokratie organisiert waren, auf der Grundlage eines kommunistischen Programms zu organisieren. Wie hat dieses Sektierertum der Kommunistischen Partei ausgeschaut? Im Wesentlichen hat man die Sozialdemokratie zum Zwillingsbruder des Faschismus erklärt und jede ernsthafte antifaschistische Einheitsfront mit der Sozialdemokratie gegen diese Gefahr von rechts irgendwie abgelehnt. Und erst als die christlich-sozialen unter Dolfus im März 1933 das Parlament ausschalten, mit einem Notverordnungsregime regieren und die sozialdemokratische Parteiführung selbst unter diesen Bedingungen nicht bereit ist, zum Generalstreik aufzurufen, zum bewaffneten Widerstand aufzurufen, formiert sich in der Sozialdemokratie eine linke Opposition, die eine politische Alternative fordert zur bisherigen Strategie des Austromarxismus. Das war in erster Linie eine neue Generation von klassenkämpferischen revolutionären Sozialisten, die sie untereinander vernetzt haben, mit dem großen Problem, dass sie keine gemeinsame Perspektive entwickeln konnten. Das heißt, da gab es Kräfte, die gemeinsam, man kann mit guten Argumenten den Rest der Sozialdemokratie von einer richtigen Linie überzeugen. Es gab andere, die gemeinsam, es ist eh schon alles verloren und man muss eigentlich früher oder später zu den Kommunisten wechseln. Nichtsdestotrotz ist es dieser linken Opposition gelungen, im Herbst 1933 in Wirklichkeit die Mehrheit der Partei hinter sich zu vereinen, aber sie haben sich geweigert oder waren zu feig, wirklich politische Verantwortung zu übernehmen und die Partei zu übernehmen und dann den Kampf gegen den Faschismus mit revolutionären Mitteln zu führen. Das heißt, auch diese linke Opposition ist gescheitert, wobei man aber sagen muss, dass gerade aus den Reihen dieser linken Opposition stammen sehr viele, die dann am 12. Februar tatsächlich zu den Waffen greifen und Widerstand leisten. Viele von denen gehen dann unter dem Eindruck der Niederlage im Februar 1934 dann zur KPÖ. Und man hört oft die Meinung, dass im Februar 1934 eigentlich schon alles verloren gewesen ist und man früher hätte losschlagen müssen. Wie siehst du das? Wie gesagt, der Faschismus, das war der Preis, den die österreichische Arbeiterbewegung bezahlt hat, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg nicht die soziale Revolution zu Ende geführt hat. Damals 1918, 1919, das wäre der beste Zeitpunkt gewesen, um mit dem Kapitalismus Schluss zu machen. Ein Kapitalismus, der damals ständig Krisen produziert hat und wo es einfach keine materielle Grundlage gegeben hat für eine demokratische, harmonische Entwicklung der Gesellschaft und wo der Weg in die Diktatur, in den Faschismus irgendwie vorgezeichnet war. Aber auch nachher in der Folge hat es etliche Situationen gegeben, wo die Arbeiterbewegung auf revolutionärem Weg die Macht erobern hätte können. Das war dieser erwähnte Juli 1927, im März 1933, wo zehntausende Arbeiter bereit gewesen wären, mit einem Generalstreik und mit der Waffe in der Hand gegen die Ausschaltung des Parlaments zu protestieren. Der 12. Februar 1934 selbst war in der Tat aus meiner Sicht ein letzter Akt der Verzweiflung einer Garnminderheit. Da war die Niederlage wohl tatsächlich besiegelt. Aber die Verantwortung dafür trägt einzig und allein die Führung der Sozialdemokratie, die bis zuletzt irgendwie geglaubt hat, wenn man ihm angesichts einer Gefahr die Augen verschließt und sie ruhig verhält, dass dann irgendwie die Gefahr verschwindet. Interessant in dem ganzen Zusammenhang sind vielleicht auch die Schriften von Leo Trotzki zu Österreich aus dieser Zeit. Trotzki lebte damals ja im Exil in der Türkei, wurde aber von linken Sozialisten aus Wien kontaktiert und um seine Meinung zur Entwicklung in Österreich gebeten. Und in mehreren Briefen, Broschüren erweist sie Trotzki als extrem guter Kenner der Lage in Österreich. Er hat ja diese ganzen austromarxistischen Führer aus seiner Zeit in Wien vor dem Ersten Weltkrieg persönlich kennengelernt. Und in diesen Schriften geht er auch auf die Frage ein nach der Verteidigung der Demokratie. Und eine grundlegende These gerichtet an diese Linksopposition und an die Kommunisten in Österreich ist, dass die Arbeiterklasse diesen Kampf gegen den Faschismus nur gewinnen wird können, wenn sie aufhört, die Sozialdemokratie als ihre Führung zu akzeptieren. Und er meint dabei, dass man die Demokratie kämpfen, sondern in erster Linie sollte man sie dafür kritisieren, dass sie eben nicht diesen Kampf für die Demokratie geführt haben. Dass die austromarxisten immer nur eine rein moralische Verteidigung der Demokratie als Programm vertreten haben, dass sie aber keine Antworten geliefert haben auf die tatsächlichen Krisenursachen, auf die Ursachen der kapitalistischen Krise, die in Wirklichkeit dieser Krise der Demokratie auch zugrunde gelegen ist. Und er schreibt, die Demokratie in Österreich muss man nicht verteidigen, sondern auf eine neue Basis stellen. Man muss sie von Neuem schaffen, man muss sie erobern. Und das kann geschehen nur durch die Eroberung der Macht durch das Proletariat. Und ich glaube, dass das auch für die heutigen aktuellen Debatten eine der wichtigsten Lehren aus diesem historischen Kapitel der Geschichte der Arbeiterbewegung sind. Danke, Gernot, für deine Zeit und danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Wenn euch unsere Ideen gefallen, dann lade ich euch ein, bei uns den revolutionären Kommunisten aktiv zu werden.